Darf ich Sie in Zusammenhang mit Herrn Ministerpräsidenten-Schiff fragen? Sie haben so viele schöne Flugzeuge gesehen, Herr Ministerpräsident Strauss. Mit welchem Flugzeug würden Sie denn jetzt mal fliegen wollen, beziehungsweise welches haben Sie denn schon mal geflogen, was Sie hier gesehen haben? Von denen, die hier ausgestellt sind, vermute ich keines. Aber was ich gerne fliegen würde, wären mal die Me 109 und die VWG 5 190. Sie sind ja ein erfahrener Privatpilot. Und mit welchem Flugzeug würden Sie denn jetzt gerne zu einem Rundflug mit dem Herrn Bundeskanzler starten? Ich würde gerne mit der alten Ju 52. Zusammen mit Herrn? Ja, natürlich. Aber mehr würde man sehen mit einem modernen Schulterdecker. Entschissen auch, wenn man da nicht durch die Trauflächen... Sie nennen aber ein amerikanisches Flugzeug. Wir haben ja in Deutschland auch gute gebaut. Aber sicher. Nur leider, aus Gründen, die wir jetzt nicht erläutern können, und sind wir auf dem Gebiet des Bauers der kleinen Flugzeuge heute praktisch nicht mehr da.